Ich mache heute einen Honigkuchen für meinen Schatz. Ich sehe ein bisschen fettig aus, also es ist relativ früh für mich. Das ist geil! Mein Baby wurde heute ein Jahr alt. Und ja, genau. Also, wenn wir fressen ab, es gab so ein Rezept. Ein Kilo Hack. Und jetzt halten wir gleich mal den Ofen hier vor. So, also. Ich mache mir die Form. Jetzt kann ich hier besser platziert. Ich fette das ganze Ding jetzt einfach mal ein. Na, ist geil! Noch die Mama? Nein. Ich mache die Zeraglisten. Und dann geben wir damit Sitzung. Dann werden wir aufguckern lassen. Dann werden wir hier Sachen geboren. Alles Gerni? Ich schaff in die Zeraglisten. Genau. Ich gebe gerne einen Schlägel zu. Jaber, die Zeraglisten. Das ist die Zeraglisten. Was ist gerne? In der Zeraglistenz. Und die Zeraglistenz. So, und dann kommt, in den großen Zeitraum kommt das eben ein Kilo Hungerrock. Ganz frisch. Kannst du mal dran riechen? Mhh. Oh krass. Ah, das ist blutig. Voll krass. Riecht mal drüber. Ich mach ihn. Gut. Ja? Genau. So. Ich bin ja nicht so der Fan vor Fleisch. So. Riesesalz. Wie gesagt, Rezept ist vom Treffen ab, also kann es nicht schlecht sein. So. So, hier wird kein Salon. Ich mach's? Magst du das haben? Ja. Ich mach's. Mal auch kein Käse. Ja. Mal auch kein Käse. Ich muss mal Kölzer einhaben. Schauen wir das auf. Sky, komm nochmal her. Sky, komm mal her. Komm mal her. Riech mal. Gut, das wüsste auch. Sehr schön. Man braucht schon ein Messer, wenn man Finger nicht ört. Ja, also ich bin jetzt noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was ich hier sehe. Was aus dem Ofen kommt nach einer Stunde. Sieht ungefähr so aus. So, also mein Kuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn noch schon ein bisschen dekoriert. So sieht das jetzt aus. Also ich habe es hier natürlich gleich in ihren Napf getan. Na, und Mäustchen kann es kaum erwarten. Los! Ja! Ja, friss! Da, wie war das? Na, ich bin jetzt nicht so aus. Aber ich bin jetzt nicht so aus. Ich bin jetzt hier.